Ich habe gehört, die haben einen eigenen Raum mit einem Tischtennis-Tisch und einer Karstrand. Piers? Die habe ich noch niemals gehört. Das ist eine Gruppe von Gleichaltrigen und die Lehrer sind da nicht dabei und die kennen sich natürlich auch ein wenig aus durch die ganzen Ausbildung. Ich glaube nicht, dass das so gescheit ist. Nein, ich bin gleich wieder wie wir und dringend selber auch aus. Die müssen wissen, was ich trage. Ich könnte jederzeit aufhören. Außerdem kann es eh jedem wurscht sein. Ohne Alkohol sind die komplett deppert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin ganz. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020